Klasse! Diese Jungs haben Klasse. Man sollte sie zu Königen machen. Diese alten Männer, die sich Zigaretten drehen, in Zimmern, die so klein sind, dass einem jeder Schatten vertraut ist. Für sie hat sich alles verpflichtet, wie ein Lichtschimmer unter der Tür, aber sie wissen um den Verlust und ertragen ihn. Betrogen und auf Null gebracht, warten sie auf den Tod. So, mit der Nachsicht und Geduld einer Mutter, die ihrem Kind beibringt, wie man mit dem Löffel isst. Für sie ist alles hin, wie eine Rose im Maul eines Schweins. Der Brand der Städte muss einmal genauso gewesen sein. Dabei könnten sie noch einmal hochkommen, wie Müllautos, diese Jungs. Auferstehen wie Lazarus und staunend feststellen, dass noch Weiber leben und sich dann besaufen, besaufen, bis alles wieder so traurig in Scherben fällt. Ja, das ist klasse!